Ich war mal wieder seit langem auf Base-Chat unterwegs und ich muss wirklich sagen, ich hab die kuriosesten Menschen kennengelernt und ich will euch jetzt einfach mal ein paar Clips zeigen. Viel! ACH! Willkommen im Base-Chat. Du befindest dich im Hauptmenü. Für das Karussell dritte die 1. Oh ne. Wo ist die verfickte 1 bei meinem Handy? Jetzt bist du im Karussell. Guten Tag. Guten Tag. Ich wünsche dir den Tod. Ja, ich wünsche dir das Leben. Mein Vater hat toll, dass du die Banken hast. Er hat gesagt, nicht so schnell, Junge. Nicht so schnell. Das hat noch gar nicht angefangen mit dir. Und deine Mutter so richtig so bang, bang. Dann nehme ich deine Tante und deine Mutter und deine Mutter. Und deine Mutter. So. So. Hey, ich komm da. Dann kommt der Vater wieder rein und du denkst wieder an meinen Arschloch zum Lutsche. Ich will switchen. Ich will nicht mal mit dir reden. Wie mache ich das denn? Du musst mit mir reden. Wir sind ausgewählt worden. Ich werde das verficken. Ich hab das aufgelegt. Also es kann sich ja nicht mehr geben. Hallo. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich suche einen Flirt mit... Wie bitte? Was? Ich hab nur okay gesagt. Ach so, ja. Absolut. Ich suche einen Flirt mit einem netten jungen Mann. Ich bin homosexuell und heiße Janik, 24, blaue Augen, blondes Haar, lange Titten und ja. Warum lange Titten? Ich bin etwas übergewichtig. Ach so, okay. Ja, ich auch. Ich verstehe. Ich würde gerne zu dir fahren und dann würde ich mit dir Geschlechtsverkehr ausüben. Also es ist auf jeden Fall eine gesunde Sache. Ab und zu kooperiere ich mit anderen 40-jährigen Männern und... Ja. Und ähm... Ja, ich hab auch... Ja, Sex aus... Älteren. Nein, nein. Das machst du leidenschaftlich gerne oder was? Ja. Und hast du es schon deinen Eltern erzählt? Ja, die wissen was. Die kommen in der Pia mal mit Typen. Das haben wir am Hause. Und dann... Ja, okay. Ich stelle das gar nicht mehr. Das ist schön. Und hast du schon mal Erfahrungen mit weiblichen Wesen gemacht? Nein. Noch nicht? Ich auch nicht. Also bis jetzt hatte ich nur mit Männern Sex, harten Sex umgeschützt. Ja, mein Freund. Ist dein Freund gerade da? Mit nem Kumpel. Ah. Moin. Hi. Ist es dein Sexpartner? Ja, genau. Oh. Wollen wir ein Dreier starten oder was? Ja, klar. Wo kommst du? Ein Dreier würde sich gut ergeben. Ähm... Ich bin arbeitslos und hab eigentlich immer Zeit. Also ich komme aus Stuttgart. Ja, wir kommen aus München. München. Das ist ja gut. Ich bin hier frisch von Mecklenburg hier runtergezogen. Ja, da bin ich auch ab und zu. Also München. Okay. Da hab ich mit dem Letzten... Also München, da hab ich mit dem Letzten ein Tattoo stechen lassen. Von nem... Ja, von nem... Von meinem kleinen Köter. Der heißt Chico. Und ja, mit dem hab ich auch schon öfters mal versucht, Geschlechtsverkehr aus... ähm... Den Geschlechtspakt auszuüben. Und äh... Das ging halt... Wirklich? Ja, das ging halt eher in die Hose. Das ist aber interessant. Äh... Und wir... Also... Also vielleicht könnte ja auch so ein cooler Schäferhund bei nem Dreier interagieren. Ja, aber dann nur mit dem Maulkopf. Ja, aber dann nur mit dem Maulkopf. Ja... Ja... Haha... Hallo, guten Tag! Janik mein Name. 24 Pädophil. Ich suche... Ich... Suche... ng... Flirt... Möglichst mit. ... Und du wohnst uns.